Willkommen im neuen Jahr. Das erste Video 2019 kommt heute an 19.17 Uhr. Wir haben 16 Uhr jetzt. Boah egal. Genau. Ich gehe am Sonntag. Ich würde nur sagen, ich gehe am Sonntag mit Dorian Zirkus und André in der Rundalk-World. Dann nochmal in der Runde. Mal schauen, was noch kommt. Ich will richtig durchstarten dieses Jahr. Ja. Dann immer Sonntag, Mittag und Donnerstag. Genau. Ja. Sonst war es. Gutes Neues noch. Vielleicht ein bisschen später. Ich will ein bisschen Kessner im Video holen, aber hauptsächlich fährt. Train am Montag. Und ja. Gutes Neues. Ja noch. 22 Uhr. Und ja. Bis nächstes Mal. Dann vielleicht mit morgen noch ein Video. Das war's. Und ich darf das morgen hoch mal schauen. Und ja. Lass meinen Daumen hoch. Oben. Lass mich im Vlog drehen. Zirkus. Wenn man so einen Vlog dreht, mit Teilen oder Kostleid drehen. Also wie im Vlog geht, wo es in Minuten geht. Lass meinen Daumen nach oben da. Das war's. Jetzt muss ich schneiden. Noch hochladen. Und dann kommt es um die Uhr. Tschüss. 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 Hey.